Herzlich willkommen zur Astlepios Gesundheitssendung. Die zentrale Notaufnahme eines Krankenhauses hat einen zwiespältigen Ruf. Einerseits ist sie rettende Anlaufstelle, wenn es einem schlecht geht. Auf der anderen Seite fühlen sich viele Menschen dort schlecht behandelt. Sie fühlen sich nicht ernst genommen. Sie glauben, sie müssten viel zu lange warten. Wie also funktioniert denn so eine zentrale Notaufnahme? Darum geht es jetzt. Bei mir ist Patrick Müller-Neute. Er ist der ärztliche Leiter der Zentralnotaufnahme der Astlepios Stadtklinik Bad Wildungen. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Müller-Neute. Vielen Dank für die Einladung. Sagen Sie mir, wir erfinden mal einen Patienten, zum Beispiel mit Schmerzen in der Brust. Der kommt dann zu Ihnen. Was passiert da mit dem? Ja, es ist immer die Frage, wie kommt der Patient zu uns? Es gibt ja prinzipiell die Möglichkeit, dass er als Selbsteinweiser kommt, spricht zu Fuß, wird von Angehörigen gebracht, meldet sich quasi als Fußgänger an oder die zweite Möglichkeit, er wird mit dem Rettungsdienst gebracht. Diese beiden Zulaufwege haben wir, die enden aber immer bei unserer Ersteinschätzung. Und dort wird anhand der Symptome des Patienten eine sogenannte Ersteinschätzung vorgenommen. Sprich, wie dringlich ist der Patient denn jetzt ärztlich zu sehen? Irgendwie dringlich müssen wir den Patienten denn jetzt quasi dran nehmen und danach wird sich dann das weitere Prozedere anhand der Leitsymptomatik ergeben. Das heißt also, angenommen, ich wäre die Patientin, ich habe also Schmerzen in der Brust, dann fragen Sie mich wahrscheinlich irgendwas, oder? Wir fragen Sie. Also Sie landen bei unserer Ersteinschätzung. Das ist jetzt eine hochqualifizierte Pflegekraft mit einer besonderen Ausbildung und die wird Sie nach Ihren Beschwerden fragen. Die wird Messwerte erheben, Puls, Blutdruck, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung, Temperatur. Und das alles zusammen ergibt nach einem Ersteinschätzungstool, also wir wenden bei uns das Manchester-Triage-System an, was eigentlich Asclepiusweit einheitlich ist, daraus ergibt sich dann eine Dringlichkeit. Ein fünfstufiges Prinzip muss man sich vorstellen. Es gibt die Farben Rot, Orange, Gelb, Grün und Blau. Rot sind die Leute, die ganz klar lebensgefährlich verletzt oder erkrankt sind, quasi können sich vor allem schon mit dem Kopf unter den Arm kommen. Orange sind alle die Patienten, die von den Messwerten oder von der Symptomatik her ein Hochrisikopatienten darstellen. Da hören die Brustschmerzpatienten übrigens dazu. Die werden in der Regel orange reagiert, beziehungsweise erst eingeschätzt. Und da muss man sich vorstellen, ab der Farbe Orange gibt es dann so einen Cut, darunter ist es nicht mehr gefährlich. Da kommen dann die gelben, die grünen und die blauen Patienten. Die entsprechen länger warten. Über diese Triage sprechen wir gleich nochmal, aber ich kann mir auch vorstellen, Sie haben jetzt bei mir sogenannte Vitalwerte gemessen, also Blutdruck, aber ich habe ja vielleicht auch Symptome. Ja, das gibt, wie gesagt, das wird in diesem Abfrageschema der Ersteinschätzung werden diese Leitsymptome erfragt. Was sind das denn für welche? Brustschmerzen ist ein Leitsymptom. Bauchschmerzen, besonders Bauchschmerzen mit einer gewissen Charakteristik, also Ausstrahlung in den Rücken zum Beispiel. Das sind immer so Alarmzeichen. Akute Bewusstseinsveränderungen, die auf den Schlaganfall hindeuten können oder auf eine Unterzuckerung hindeuten können. Starke Schmerzen. Wir wenden zur Schmerzeinschätzung, gibt es eine Schmerzskala, die zur Anwendung kommt. Sagen wir mal, ab einer Schmerzskala von sieben oder acht spricht man von sehr starken Schmerzen. Das sind auch Patienten, die dringlich gesehen werden müssen. Grobe Fehlstellungen von irgendwelchen Gelenken, Extremitäten, da guckt ein Knochen aus dem Arm. Das sind auch Symptome letzten Endes. Wenn man jetzt in Richtung Kinder oder so geht, das Kind, was einen besorgniserregenden Eindruck erweckt, also sprich Kinder, die nichts mehr machen, sind sehr besorgniserregend, oder Kinder, die halt permanent schreien zum Beispiel. Extreme Hautveränderungen können auch so ein Leitsymptom sein. Wenn Sie uns jetzt vorstellen, haben im ganzen Körper einen roten Ausschlag, auch das ist ein Leitsymptom. Und da gibt es noch ein paar andere. Und was auch noch eine Rolle spielt, gerade wenn es um Unfälle geht, ist natürlich auch die Geschichte, was ist denn da passiert bei dem Unfall? Also sprich, was war denn jetzt die einwirkende Gewalt? War es ein großer Sturz, zum Beispiel aus drei Metern Höhe, wenn man von der Leiter gefallen ist? War es ein Verkehrsunfall und man ist schneller als 50 kmh gefahren? Das sind alles diese Hochrisiko-Symptome bzw. Unfallmechanismen, die uns dazu anhalten, den Patienten entsprechend hoch einzustufen in der Triage. Aha, das heißt ja dann auch, dass man schon mal darüber reden muss, wie denn das passiert ist. Ja. Weil man ja vielleicht umgefallen sein kann, entweder weil man einen Herzinfarkt hatte oder aber weil man einfach nur daneben getreten ist. Zum Beispiel. Ja, genau. Sie haben eben gerade gesagt, das macht eine Pflegekraft. Wieso macht denn das kein Arzt? Das hat verschiedene Ursachen. Das eine ist historisch bedingt, dieses Manchester-Triage-System wurde, wie der Name sagt, in England entwickelt. Da wurde das pflegebasiert durchgeführt und auch untersucht und natürlich dann auch entsprechend durch Studiendaten etc. belegt. Und ist evident, muss man sagen, dass das funktioniert. Zum einen. Zum anderen muss man sich auch vorstellen, dass gerade wenn man sich das in kleineren Häusern überlegt, wie viele Ärzte denn überhaupt da tätig sind im Dienst, ist das natürlich eine hohe Personalbindung, eine hohe ärztliche Personalbindung, wenn jemand aus dem ärztlichen Bereich tagtäglich diese Ersteinschätzung machen muss. Das ist einfach die Überlegung, die dahinter steckt. Ja, also aus Sicht des Patienten geht es ja unter Umständen um sein Leben. Also der hat ja unter Umständen Angst, sonst wäre er gar nicht gekommen. Und der fragt sich dann, kann denn jetzt da diese ärztliche oder pflegerische Kraft überhaupt meine Not erfassen? Kann sie. Kann sie. Weil sie a. erfahren ist in dem, was sie tut. Also es ist jetzt kein Neuling oder kein Frischling, den wir in die Ersteinschätzung setzen. Das sind erfahrene Pflegekräfte mit mehrjähriger Berufserfahrung. Darüber hinaus haben die meisten Pflegekräfte inzwischen eine Zusatzweiterbildung in Notfallpflege. Das heißt, sie haben noch mal zwei Jahre zu ihrer regulären Ausbildung eine Zusatzausbildung genossen, ähnlich wie es das in Intensivmedizin auch gibt. Und haben darüber hinaus noch mal eine spezielle Schulung bekommen in Ersteinschätzung. Na ja, also viele Patienten denken ja dann doch über die Notaufnahme, die da haben keine Ahnung. Ja, was soll man dazu sagen in dem Fall? Ist es denn so, dass man auch die Abläufe in der ZNA immer wieder reflektiert? Also dass man sich zusammensetzt, immer wieder im Team und sagt, wir müssen mehr darauf achten, das. Und die Patienten haben sich verändert in der Art und Weise, wie sie sich äußern. Ja, sowas. Oder da ist was schiefgegangen oder so? Ja, also wir führen regelmäßig Teamsitzungen durch, also Ärzte und Pflege auch zusammen und besprechen unsere Abläufe, re-evaluieren wir es so schön heißt, das jeden Tag kritisch, was wir da tun und entdecken auch immer wieder Stellschrauben, wo wir sagen, okay, da müssen wir noch mal nachbessern. Das hat so lange gedauert, hier müssen wir schneller werden, was können wir hier in dem Prozess noch ändern, dass das ein bisschen runder läuft. Darüber hinaus gibt es ja im Konzern auch selbst sogenannte Audits oder Peer Reviews, wie wir es nennen, dass wir uns gegenseitig besuchen. Also in den ZNAs, dass letztens war ich zum Beispiel auch hier in Hamburg unterwegs, dass wir uns gegenseitig besuchen und gucken, wie machen es denn die anderen? Was fällt uns da auf, wie die es machen? Was ist gut? Was sind Sachen, wo wir sagen, das könnte man irgendwie noch mal anders machen oder optimieren? Und lernen voneinander. Und stehen da auch über die Standorte hinweg im Regenaustausch und kommunizieren und besprechen im Prinzip, was sind denn gerade die Probleme, die uns unter den Nägeln brennen. Darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Formate, wo wir uns austauschen. Es gibt noch Fachgesellschaften, wo wir uns in Landesgruppen regelmäßig treffen und austauschen. Also von daher findet ein reger Austausch statt, wo wir auch auf Augenhöhe miteinander besprechen, wie macht ihr das denn eigentlich? Also weil jetzt, um noch mal auf die Triage zu kommen, also das Kürzeste ist ja, ich sehe den Arzt sofort. Dann sind es, glaube ich, 10 Minuten, 30 Minuten, 90 Minuten, 150 Minuten, richtig? Also ungefähr. Diese Person, die da zweieinhalb Stunden schon mal von vornherein warten soll, weil Ihre Seite entschieden hat, dass der das abkann, mischt er Ihnen nicht die ZNA auf? Das kommt natürlich vor. Gerade die Patienten mit den kleinsten Problemen haben die größten Nöte. Und können Sie sich vorstellen, wenn da so eine Meute von grün-triarchierten Patienten im Wartezimmer sitzt, ich warte schon seit zwei Stunden hier, da kocht die Stimmung hoch. Es heißt ja nicht, weil jemand grün-triarchiert ist, dass er 90 Minuten warten muss. Aber es kann halt sein, dass andere Patienten dringend daran sind, dass wir gerade ein hohes Patientenaufkommen haben, vielleicht einige kritisch kranke Patienten dabei sind, die einfach unsere Manpower komplett binden. Da muss man einfach auch für Verständnis mehr sagen, wir nehmen Ihre Nöte und Ängste wahr, wir haben auch Ihr Problem erkannt. Nur stellen Sie sich vor, es sind auch gerade Leute da, denen es deutlich schlechter geht, die wir vor Ihnen behandeln müssen, weil die sonst sterben. Ja, das heißt, man wartet immer so lange, wie das andere Umfeld dringend ist dann wahrscheinlich. So ungefähr, also genau. Ja, genau. Also es heißt jetzt nicht, weil Sie grün-triarchiert sind, müssen Sie jetzt erstmal 90 Minuten warten, bis Sie einer sieht, sondern Sie müssen spätestens nach 90 Minuten gesehen sein. Es kann aber auch sein, wenn gar nichts los ist, dass Sie sofort drankommen. Ja, aber wenn eine große Warteschlange da ist, kann es auch sein, dass Sie dann nochmal kommen und nicht reagieren, oder? Genau, also wenn jetzt... Zweimal 90 Minuten. Das kann passieren. Also wenn Sie jetzt da sitzen nach 90 Minuten und Sie wurden noch nicht gesehen, sind wir aufgefordert und müssen das auch tun, dass wir Sie nochmal erst einschätzen. Weil die Beschwerden können sich ja geändert haben. Genau, kann sich ja geändert haben. Also es kann wieder sein, dass Sie sagen, okay, mir geht es schon wieder gut, ich gehe nach Hause. Spontan Heilungen sind durchaus beobachtet worden. Und es kann aber auch sein, dass Sie sagen, die Schmerzen sind aber jetzt schlimmer geworden. Ja, ja, ja. Und dann kann es auch sein, dass Sie quasi nach der Zwootsichtung nochmal höher eingestuft werden. Das kann auch passieren. Ja, überhaupt. Die ZNA ist ja, also die zentrale Notaufnahme ist ja für mich der Eingang und der Anfang. Und es soll ja da drin entschieden werden, ob ich einfach wieder nach Hause gehen kann oder ob ich mich in einer Woche nochmal melden soll oder ob ich da bleiben soll. Jetzt haben Sie also diese Leitsymptome an mir begutachtet. Sie haben versucht, mich erst einzuschätzen, aber jetzt müssen wir ja doch mal irgendwie weiterkommen, was ich jetzt habe, oder? Genau. Bleiben wir mal beim Beispiel Brustschmerz. Das ist ganz interessant. Unser Job ist es jetzt rauszufinden, was kann ja jetzt Schlimmes dahinter stecken. Also es gibt vier, 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 schwere Krankheiten, die wir jetzt ausschließen müssen. Brustschmerz. Denken wir, als erstes denkt man irgendwie, das könnte ja ein Herzinfarkt sein. Gut. Also schreiben wir ein EKG, wir nehmen Blut ab, wir bestimmen die Herzwerte und gucken, ob da irgendwas erhöht ist. Je nachdem, wann Ihre Beschwerden begonnen haben, kann das sein, dass wir nach drei bis sechs Stunden das auch nochmal kontrollieren müssen. Das heißt, es ist jetzt nicht, weil wir das einmal gemessen und einmal nachgeprüft haben, sofort ausgeschlossen, sondern, das kann ein Teil, wenn Sie sagen, ich habe vor zehn Minuten Herzschmerzen bekommen, dass die Veränderungen noch gar nicht sichtbar sind. Das heißt, wir müssen ja nochmal vorgegeben, es gibt Leitlinien, die das vorgeben. Nach gewissen Zeitabständen muss das nochmal kontrolliert werden. Das ist auch Job in der Notaufnahme. Herzinfarkt. Was kann es noch sein? Sie könnten theoretisch auch eine Lungenembolie haben. Das macht ähnliche Beschwerden wie beim Herzinfarkt. Auch da würden wir entsprechend Blutwerte abnehmen, EKG schreiben, Herzultraschall machen. Also untersuchen die schon mal uns in die richtige Richtung weisen. Es könnte sein, dass Sie einen Riss in der Lunge oder Verletzung in der Lunge haben, dass sich ein sogenannter Spannungs- oder ein Pneumotorax gebildet hat. Also quasi Luft zwischen Lunge und Rippenfell. Lungenfell und Rippenfell. Da würden wir eine Ultraschalldiagnostik machen, würden Sie abhören, würden Sie notfalls auch nochmal röntgen und würden das behandeln. Und dann kann natürlich auch was sein, dass Ihre Hauptschlagader gerissen ist, eine sogenannte Ortendissektion. Auch das würde man mit EKG, Labordiagnostik, Ultraschall etc. pp. weiter nachforschen, dass das auch ausgeschlossen werden kann. Und zu guter Letzt gibt es noch das sogenannte Beharve-Syndrom. Das ist ein Riss in der Speiseröhre. Und diese Ausschlussdiagnostik muss man betreiben bei Brustschmerzen. Da gibt es Protokolle, die vorgeben, das und das muss abgeklärt werden. Wir rechnen natürlich auch mit Wahrscheinlichkeiten. Also wir machen jetzt nicht bei jedem immer alles. Das muss auch klar sein. Sondern wir müssen einfach auch davon ausgehen, wir haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das vorliegt oder nicht. Wenn es ein 20-Jähriger kommt und sagt, ich habe Brustschmerzen, ist der Infarkt nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlicher als jetzt bei einem 70-Jährigen. Beim 20-Jährigen hingegen ist zum Beispiel diese Geschichte Pneumotorax. Da muss man eher dran denken als jetzt beim 70-Jährigen. Es ist auch immer entscheidend, wie ist die Vorgeschichte dazu. Und so hangelt man sich da entlang. Also man hat einen Verdacht, man muss dann gucken, was kann alles sein. Man muss ein paar Untersuchungen machen, man muss dann im Endeffekt das Gesamtbild nehmen und man muss dann die weiteren Konsequenzen daraus ableiten. Wenn jetzt bei Ihnen ein Herzinfarkt festgestellt worden wäre, weil es eindeutig im EKG zu sehen ist, und sogar an der ST-Hebungsinfarkt, dann würden Sie von uns sofort eine Akutmedikation bekommen, Aspirin, Heparin. Und wir würden Sie dann umgehend ins Herzkatheterlabor bringen, wo Sie dann eine Herzkatheteruntersuchung bekämen, wo dann halt geguckt wird, gibt es eine Engstelle, wo ist die Engstelle, und dann würde die Engstelle aufgedehnt, das Dänchen rein, und anschließend würden Sie von da aus auf die Intensivstation gehen. Auch da gibt es zeitliche Vorgaben, wann das alles passiert sein muss. Gibt es eigentlich solche Erfahrungswerte bei Ihnen, wie viele Patienten im Haus behalten werden? Das kommt immer so ein bisschen darauf an, mit was die Leute kommen. Also ich bin ja ein großer Verfechter, ich bin ja Notfallmediziner. Ich sage immer, es gibt bei uns kein Internistisch-Chirurgisch, wir machen Notfallmedizin. Jetzt ist es aber doch so, dass man aus der Notfallbehandlung heraus dann doch den Patienten irgendwann in irgendeine Fachrichtung schieben muss. Man kann es so sagen, die Patienten mit Verletzungen kommen, wo man früher gesagt hätte, es ist unfallchirurgisch, die mit Verletzungen kommen, bleiben zu 80 Prozent ambulant. Das ist eine hohe ambulante Anzahl, weil die oft häufig kleinere Verletzungen haben, was nicht stationär behandelt werden muss. Bei den, sage ich mal, internistischen oder bei diesen ganzen Erkrankungen ist es so, dass es genau umgekehrt ist, dass wir bis 80, 90 Prozent teilweise der Patienten stationär aufnehmen müssen. Also man spricht von so einer sogenannten Conversion Rate. Und die liegt im Schnitt so bei 45, 50 Prozent overall. Und wenn man dann aber noch mal genauer guckt, kommt man zu diesem Verhältnis 80, 20 ambulant bei den Verletzten, 80, 20 stationär bei den Erkrankten. Also das ist schon, und dann kommt man zu einer mittleren Zahl, ungefähr die Hälfte bleibt stationär. Vielen Dank für das interessante Interview. Danke auch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlebios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund! Und wir sehen uns wieder auf Facebook und 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 Untertitelung des ZDF, 2020